Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Heute geht es mal um das Thema, wie kriege ich meine Fotos immer scharf. Da gibt es verschiedene Tipps und Tricks, die ich dir heute mal zeigen möchte, damit du deine Fotos wirklich auch immer scharf hast und nicht dich am Ende ärgerst, wenn du es dir am großen PC anschaust später und dann feststellst, so richtig die Knackschärfe, die fehlt. Also viel Spaß! Ein Tipp ist, nutze ein Stativ und nutze einen Fernauslöser. Mir ist bewusst, dass man ein Stativ nicht immer überall nutzen kann. Wenn du zum Beispiel Hochzeiten fotografierst, dann kannst du da nicht mit dem Stativ rumrennen, weil du halt sehr schnell fotografieren musst, viele verschiedene Szenen einfangen musst und ein Stativ ist ja eher dafür da, dass man in Ruhe fotografieren kann, in Ruhe seine Komposition aufbauen kann und dann auch die Kamera eine Weile auf dem Stativ stehen lässt. Aber zum Beispiel in der Landschaftsfotografie, wo ich jetzt hier gerade unterwegs bin, da ist das super, mit dem Stativ zu arbeiten, denn ich kann wirklich millimetergenau erstens meine Komposition ausrichten und zweitens habe ich jetzt auch nicht das Problem, dass ich aus der Hand fotografieren muss und ich selber bin vielleicht ein bisschen zittrig oder habe generell einfach ein bisschen Bewegung immer im Körper drin und das überträgt sich natürlich auch auf die Kamera. Und solange ich die Kamera auf dem Stativ stelle, was auch sehr, sehr stabil ist, dann bewegt sich hier auch nichts mehr und dann haben wir auch keine Bewegungsunschärfe und das Bild wird am Ende schärfer. Und das Schöne ist jetzt, gerade in der Landschaftsfotografie möchte ich ja auch mal mit längeren Verschlusszeiten arbeiten, zum Beispiel beim Sonnenuntergang oder in der blauen Stunde. Und dann kann ich auch mit längeren Verschlusszeiten ganz einfach hier fotografieren. Der Fernauslöser ist dann noch dazu da, den kann ich dann auch noch in die Kamera einstöpseln, dann muss ich nicht mal mehr auf den Auslöser hier oben klicken. Denn selbst wenn ich einfach hier einmal auf die Kamera drauf drücke, kann es sein, dass eine leichte Bewegung in die Kamera reinkommt und das wäre natürlich kontraproduktiv. Wenn du keinen Fernauslöser hast, dann kannst du auch mit dem Selbstauslöser in der Kamera arbeiten. Den kannst du dann auf zwei oder fünf Sekunden einstellen und dann kann die Kamera diese Bewegung abfedern und steht dann wirklich wieder komplett still, wenn du das Bild dann tatsächlich machst. Aber nicht nur Landschaftsfotografen nutzen Stative. Selbst Sportfotografen oder manchmal auch Pressefotografen sind mit sogenannten Einbeinstativen unterwegs. Die haben natürlich nicht ganz so viel Halt wie jetzt hier so ein Dreibeinstativ, aber es unterstützt trotzdem auch die Kamera. Und gerade wenn du mit schweren Objektiven unterwegs bist, gibt das nochmal einen zusätzlichen Halt, damit die Verwackelung in der Kamera dann nicht ganz so groß ist. Wichtig beim Stativ ist immer, dass es möglichst stabil ist. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Kamera du hier oben drauf hast. Wenn die Kamera relativ klein und leicht ist, reicht auch ein kleines und leichtes Stativ. Wenn die Kamera sehr schwer ist, dann sollte das Stativ auch entsprechend angepasst sein da dran. Das heißt, dann muss es auch wirklich ein bisschen selber schwerer sein, ein bisschen größer und so, dass es dann auch wirklich gut das Gewicht der Kamera tragen kann. Ich habe bei meinem Stativ damals auch darauf geachtet, dass wenn ich selber stehe, dass das Stativ dann nicht zu klein oder zu groß ist, sondern dass ich selber nach Möglichkeit, wenn es voll ausgefahren ist, gut auf Augenhöhe durch den Sucher der Kamera gucken kann. Wenn du aber mit einem leichten und vielleicht auch etwas günstigeren Stativ unterwegs bist, was nicht ganz so stabil ist, dann gibt es auch immer Vorrichtungen, die man hier unten dranhängen kann. Dann kann man hier so einen kleinen Haken dran machen und dann könntest du zum Beispiel deinen Kamerarucksack dranhängen. Dann hat das ganze Stativ auch wieder mehr Gewicht und ist dadurch natürlich auch stabiler. Also da kann man auch mit verschiedenen Tricks arbeiten und auch mit sehr günstigem Material gute Ergebnisse erzielen. Und auch bei den Fernauslösern muss es nichts Teures sein. Natürlich gibt es Fernauslöser, die kosten 80 Euro. Ich habe hier einen, der kostet glaube ich nicht mal 5 Euro. Ist mit Kabel, es gibt auch welche mit Funk. Es gibt auch welche, die lösen über Infrarot aus. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Ich habe mich hier für eine Kabelvariante entschieden, weil es für mich erstens das günstigste war. Und zweitens ist Kabel meistens am zuverlässigsten. Von daher, wie gesagt, keine 5 Euro kostet das Ding und lohnt sich eigentlich immer, irgendwie in der Kameratasche mit dabei zu haben. Die modernen Kameras können inzwischen auch über eine App über Smartphone ausgelöst werden. Das funktioniert dann über Bluetooth oder WLAN. Also da kannst du auch einfach mal gucken, ob deine Kamera zum Beispiel WLAN-fähig ist und dann eine entsprechende App vorhanden ist. Tipp Nummer 2 und der klingt jetzt sehr, sehr banal, aber es ist tatsächlich wichtig zu erwähnen, nämlich halte deine Kamera richtig. Wenn du jetzt kein Stativ hast, dann ist es wichtig, wie du deine Kamera hältst. Zum einen geht es da erstmal darum, einen richtig guten Standpunkt zu finden. Also ich stelle mich jetzt mal ein bisschen weiter weg, damit die Kamera mich komplett drauf hat. Ich stelle mich meistens etwas breitbeiniger hin. Ja, ein bisschen macho-mäßig. Aber so hat man einfach einen besseren Stand. Also so ein bisschen mehr als schulterbreit ungefähr hinstellen, dann hast du schon mal einen sehr stabilen Stand. Und dann habe ich meistens mit meiner rechten Hand, halte ich die Kamera so, dass ich hier auch den Auslöder betätige. Und die linke Hand kommt jetzt hier mal noch als Stabilisierung unter das Objektiv. Und wenn ich jetzt hier mal so durchgucke, kann ich eigentlich schon sehr, sehr gut das Ganze fotografieren, ohne dass ich sehr viel wackele. Wenn du jetzt jemand bist, der sehr zittrig ist, dann noch so als kleiner Tipp. Da sagt man immer so Luft anhalten. Und da mal ein Tipp von Scharfschützen, habe ich mal selber gehört. Die halten nicht die Luft an, indem sie einatmen und dann die Luft anhalten, sondern die atmen aus und schießen dann. Und genau das Gleiche solltest du als Fotograf auch tun. Das heißt, ausatmen und dann fotografieren. Dann hat man meistens am wenigsten Verwackenung drin. Du kannst dir auch den Ellenbogen, den rechten Ellenbogen, so ein bisschen noch in den Körper mit reinbringen. Den linken Ellenbogen auch so ein bisschen gegen. Und wie gesagt, wenn du dann mit der Unterstützung arbeitest und gleichzeitig noch ausatmest und jetzt fotografierst, dann hast du eigentlich einen sehr stabilen Stand. Wenn es möglich ist, kannst du die Kamera natürlich auch irgendwo ablegen. Vielleicht mit einer kleinen Unterkonstruktion noch. Manche haben so eine Art Reiskissen, was man noch unter die Kamera legen kann. Und dann hast du hier auch noch ein bisschen Stabilität. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal gucken, wenn ich jetzt hier mir das Ganze mal auf einen Feldstein zum Beispiel lege oder was auch immer, dann habe ich hier auch einen ganz guten Halt. Muss man halt immer so ein bisschen gucken, wie man die Kamera dann noch entsprechend ausrichten kann. Der nächste Tipp sind kurze Verschlusszeiten. Wir haben ja in dem Kapitel über Verschlusszeiten schon so einiges gelernt. Es gibt ja zum Beispiel diese Regel, dass man mit seiner Brennweite, also 1 durch Brennweite quasi, arbeiten sollte, um die Verschlusszeit zu ermitteln, die man maximal haben kann oder minimal haben kann, um ein scharfes Foto aus der Hand zu schießen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei 20 Millimetern bin, dann würde diese Regel besagen, dass ich mit einer 20. Sekunde fotografieren kann. Aus meiner Erfahrung heraus ist es aber eher so, dass man doch ein bisschen kürzer belichten sollte, damit das Foto wirklich am Ende richtig scharf wird. Ich kann es jetzt einfach mal probieren. Hier 20 Millimeter. Wenn ich jetzt auf eine 20. Verschlusszeit gehe und jetzt fotografiere, dann zoome ich jetzt mal rein und es ist leicht verwackelt. Also diese Regel würde ich eher sagen, dass du das noch verdoppelst. Wenn du jetzt sagst 20 Millimeter, dann würde ich wahrscheinlich mit einer 40. Sekunde mindestens fotografieren wollen. Ansonsten kommt es, wie gesagt, sehr darauf an, mit welcher Brennweite du fotografierst und es kommt natürlich auch auf das Motiv an, was du fotografierst. Wenn du ein Motiv hast, was sich sehr schnell bewegt und da gehe ich jetzt zum Beispiel mal von einem Sportler aus, von einem Rennwagen oder auch wenn du Tiere fotografierst, dann bewegen die sich sehr schnell und entsprechend kurz muss die Verschlusszeit sein, damit diese Bewegung auch wirklich eingefroren wird. Bei einem Sportler, also wenn ich jetzt zum Beispiel am Fußballfeld stehen würde und fotografieren würde, würde ich eigentlich mindestens eine tausendste Sekunde Verschlusszeit nehmen, damit ich einigermaßen davon ausgehen kann, dass das Motiv wirklich immer korrekt scharf ist. Das kann natürlich auch noch höher werden. Dementsprechend muss man natürlich gucken, dass man die Blende weit öffnet, dass man vielleicht auch mit der ISO-Zahl etwas höher geht. Aber da sollte man schon darauf achten, dass man da entsprechend kurze Verschlusszeiten wählt. Der nächste Tipp ist die Auswahl des richtigen Fokusmodus. Zum einen kann ich ja manuell fokussieren. Das macht immer dann Sinn, wenn ich auch auf dem Stativ fotografiere, wenn ich eine ruhige Szenerie habe. Wie zum Beispiel jetzt hier wieder Landschaften. Da bewegt sich nichts im Bild und da kann ich wirklich manuell fokussieren. Da habe ich selber die volle Kontrolle und kann am Bildschirm auch wirklich zu 100% reinzoomen und gucken, ob das Bild wirklich scharf wird. Zum anderen gibt es dann aber auch den Autofokus. Und da gibt es ja dann auch noch verschiedene Methoden. Ich kann den Single-Autofokus benutzen. Das heißt, ich fokussiere quasi einmal mit Drücken des Auslösers hier zur Hälfte und dann kann ich fotografieren. Ich kann aber auch mit dem kontinuierlichen Autofokus arbeiten, wenn ich zum Beispiel bewegende Objekte habe. Das würde zum Beispiel im Sport wieder Sinn machen, wenn ein Fußballer auf mich zugerannt kommt, kann ich mit dem kontinuierlichen Autofokus mehrere Bilder schnell hintereinander machen und der Fokus zieht dabei immer mit. Und so musst du halt von Szenerie zu Szenerie immer gucken, was für eine Art von Fokus du brauchst. Möchtest du selber die Kontrolle darüber haben, dann den manuellen Fokus oder möchtest du, dass die Kamera das für dich übernimmt und in welcher Form? Einmal fokussieren und dann halten oder möchtest du, dass sie kontinuierlich immer mit fokussiert? Das ist also das, was du dir am Ende überlegen musst und je nachdem, welche Szene du fotografierst. Der nächste Tipp ist eher was für moderne Kameras. Denn moderne Kameras haben das sogenannte IBS drin, also In-Body-Stabilization. Das heißt, sie haben eine Stabilisierungsfunktion mit eingebaut und wenn du jetzt sehr zittrige Hände hast, dann versuch die Kamera, das entsprechend auszugleichen. Das gibt es auch in manchen Objektiven, kannst du mal schauen. Manche Objektive haben hier nochmal einen Schalter dran, wo man diese Stabilisierung ein- und ausschalten kann. Und es gibt Tests, wo tatsächlich mal es geschafft wurde, zwei Sekunden lang aus der Hand zu belichten. Ich persönlich habe das noch nicht geschafft, auch nicht mit Kamerastabilisierung, aber es scheint Leute zu geben, die das geschafft haben. Wie auch immer, also ich glaube, es ist ein gutes Hilfsmittel, aber so krass kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann tatsächlich aus der Hand zwei Sekunden belichten kann und dann noch ein knackscharfes Foto bei rumkommt. Ihr könnt es aber selber gerne mal ausprobieren und ihr könnt mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben, falls ihr das selber geschafft habt. Aus der Hand zwei Sekunden, das Foto möchte ich dann bitte per E-Mail haben. Ganz wichtig an dieser Stelle noch zu sagen, diese Stabilisierung solltest du auf jeden Fall ausschalten, wenn du mit einem Stativ arbeitest. Denn die Kamera probiert immer, das Bild irgendwie zu stabilisieren. Wenn du auf einem Stativ bist mit der Kamera, dann ist die ja schon stabilisiert quasi und dann würde das eher kontraproduktiv wirken. Deswegen, sobald du die Kamera auf ein Stativ packst, schalte diese Stabilisierungsfunktion aus, damit du dann noch knackscharfe Bilder bekommst auf dem Stativ. Und der letzte Tipp, den ich dir geben kann, ist, nutze die richtige Blende. Blende. Klingt auch wieder relativ banal, ist aber doch relativ einleuchtend. Denn je nach Motiv brauchst du eine gewisse Schärfentiefe. Und die kannst du mit der Blende natürlich einstellen. Wenn du die Blende weit schließt, hast du eine sehr große Schärfentiefe. Das bedeutet, du kannst auch den Fokuspunkt mal zwei Zentimeter weiter nach vorne oder nach hinten verlegen. Und trotzdem ist dann auch zwei Zentimeter weiter hinten und vorne noch alles scharf. Man muss nur dabei bedenken, dass wenn man die Blende zu weit schließt, irgendwann die sogenannte Beugungsunschärfe dazukommt. Dann wird das ganze Bild nämlich einfach wieder ein bisschen unschärfer, ein bisschen matschiger. Und das möchte man ja unbedingt vermeiden. Jedes Objektiv hat einen gewissen Sweetspot, also eine Blende, wo es am schärfsten ist insgesamt. Bei den meisten Objektiven liegt dieser Sweetspot zwischen Blende 5.6 und Blende 8. Manche auch bei Blende 11. Aber das ist so der Bereich, wo du deine Blende einstellen solltest, wenn du wirklich die optimale Schärfe haben möchtest. Klar, es gibt auch viele Situationen, wo du mit offenblendiger Blende fotografieren musst. Also zum Beispiel Blende 2.8, weil du ein noch tolleres Bokeh haben möchtest, weil du noch mehr Tiefen und Schärfe haben möchtest. Von daher ist es natürlich nicht immer allgemeingültig. Aber nur so viel sei gesagt. Diese Objektive haben, wie gesagt, einen Sweetspot und den sollte man auch bei jedem Objektiv kennen. Das waren die Tipps für schärfere Fotos. Ich hoffe, da war noch was dabei, was du noch nicht kanntest. Und du kannst es ja in Zukunft einfach mal probieren anzuwenden. Wenn du da jetzt noch einen Tipp dabei hattest, den du noch nicht kanntest, dann geh doch jetzt einfach mal mit deiner Kamera raus und probier es direkt aus, dass du auch in jeder Situation wirklich ein scharfes Bild erzeugen kannst. Man kann auch viele Tipps miteinander kombinieren, damit man am Ende ein scharfes Bild bekommt. Also du musst nicht immer nur einen Tipp davon anwenden, sondern kannst natürlich auch mehrere anwenden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wie gesagt, geh raus, probier es aus mit deiner Kamera. Das ist immer das Wichtigste, dass du das nach jeder Lektion immer wieder machst. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber probieren geht über studieren, sage ich immer so schön. Und ich habe mir das Fotografiewissen auch angeeignet, indem ich es mir mal irgendwo angehört habe und dann ganz viel ausprobiert habe. Also viel Spaß mit deiner Kamera und viel Spaß mit deinen scharfen Fotos.